kaffee geht doch immer oder total cool diese slider card habe ich mit dem stempel set kaffee in freundschaft gemacht aus dem jahreskatalog 20 23 bis 24 ganz süß habe ich mit dem blending hier koloriert und so ein kleiner kaffee und croissants auf dem silbertablett habe ich das sommerbeere verwendet und die coolen sprüche aus dem stempel set ja und der hintergrund ist gearbeitet hier mit den prägeformen 3d prägeform basics die findest du in keinem katalog sondern nur in meinem online shop das sind drei tolle prägeformen in 3d optik also wie das ganze gemacht ist und welche maße du brauchst das verlinke ich dir hier unter dem video viel spaß wünsche ich dir